Hallo Leute, heute wollen wir mit unserem Video zur Diskussion zum Thema Gold beitragen. Konkret wollen wir uns die Argumente für und die Argumente gegen Gold als eine Wertanlage anschauen. Zum Schluss möchten wir euch noch die verschiedenen Wege zeigen, wie ihr in Gold investieren könnt. Schauen wir uns zuerst die Argumente an, die für Gold als eine Wertanlage sprechen. Zum einen gilt Gold als eine gute Absicherung in Krisenzeiten. Eine Krise kann von einem heftigen Börsencrash bis hin zum totalen Versagen des Finanzsystems reichen. Beginnen wir mit Szenario 1. Gold als Absicherung gegen einen Börsencrash. Nun war es in den letzten 30 Jahren immer so, dass sich Gold während einer Krise besser entwickelt hat als ein breit gestreuter Aktienindex wie zum Beispiel der MSCI World. Um dies zu verbildlichen, schauen wir uns zwei Beispiele an. 1987 kam es zum schwarzen Montag, dem ersten Börsencrash nach dem zweiten Weltkrieg. Die Rendite des globalen Aktienmarkts gemessen an MSCI World fiel um 24,5%. Zum Vergleich, der Goldwert musste nur 7,9% an Rendite einbüßen. Das zweite Beispiel ist die Immobilienkrise von 2008. Während die Rendite des globalen Aktienmarkts gemessen an MSCI World um 46,1% gefallen ist, ist der Goldwert sogar um 33,8% gestiegen. Nun muss man dazu sagen, dass diese Entwicklungen in der Vergangenheit stattgefunden haben und es keine Garantie dafür gibt, dass sich dieses Szenario in Zukunft wiederholen wird. Nichtsdestotrotz ist eine Sache klar. In den letzten 30 Jahren war es durchaus vorteilhaft, während eines Börsencrashs auf seine Goldreserven zurückgreifen zu können. Das zweite Szenario besagt, dass physisches Gold als eine gute Absicherung im Falle eines kompletten Versagens des Finanzsystems fungiert. Dies ist zwar ein sehr unwahrscheinliches Ereignis, aber sicherlich nicht unmöglich. Auslöser könnten ein Atomkrieg oder ein globales Blackout sein, das das Internet lahmlegt. Gold hat in so einer Situation einen Vorteil, dass es schon seit sehr langer Zeit als Zahlungsmittel und Wertspeicher fungiert und auch als solches von einem Großteil der Menschheit akzeptiert wird. Wir halten also fest, dass es durchaus Sinn macht, in Gold zu investieren, um in Krisenzeiten reagieren zu können. Des Weiteren hat Gold eine niedrige Korrelation zum Aktienmarkt. Das ist der Fachausdruck für den Effekt, den wir uns vorhin angeschaut haben. Nur weil die Aktienkurse stark fallen, heißt es nicht, dass auch der Goldpreis stark fallen wird. Ganz im Gegenteil, die Kurse können sich eben auch in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Wenn man also neben Aktien auch in Gold investiert, spricht man von einem diversifizierten Portfolio. Die Kursschwankungen in der Wertanlage 1, also der Aktien, können theoretisch von den Kursbewegungen in der Wertanlage 2, also des Goldes, teilweise aufgefangen werden. Die gesamte Preisschwankung oder Volatilität des Portfolios wird dadurch niedriger. In anderen Worten wird das Risiko der Gesamtanlage reduziert. Gerade für Anleger, die bei Kursrückgängen panisch werden, ist das vorteilhaft. Zu guter Letzt ist Gold auch ein Sondervermögen. Das bedeutet, wenn man Gold mindestens ein Jahr lang hält, fällt keine Abgeltungssteuer auf die Gewinne an. In anderen Worten, die Kursgewinne bei einem Verkauf nach mindestens einem Jahr Haltedauer sind steuerfrei. Zum Vergleich, auf den erzielten Gewinn durch Aktienverkäufe fällt ein einheitlicher Steuersatz von 25% in Deutschland und 27,5% in Österreich an. Schauen wir uns nun die Argumente an, die gegen Gold als Wertanlage sprechen. Wie wir im vorigen Teil des Videos gesehen haben, ist Gold gerade in Krisenzeiten eine gute Absicherung. Trotzdem ist ein beliebtes Argument von Aktieninvestoren, dass Gold mit seiner Wertentwicklung in den vergangenen 30 Jahren keinen breit gestreuten Aktienindex schlagen konnte. Während Gold in den letzten 30 Jahren im Schnitt eine jährliche Rendite von 4% abgeworfen hat, liegt dieser Prozentsatz bei 8% für einen breit gestreuten Aktienindex wie den MSCI World. Wir möchten jedoch klarstellen, dass ein guter Investor nicht nur in die eine oder andere Wertanlage investieren sollte. Da Aktien mehr Rendite abwerfen als Gold und Cash sollten Aktien in einem Portfolio bestehen, aus diesen drei Vermögenswerten die höchste Gewichtung haben. Jedoch spricht einiges dafür, etwas Gold in sein Portfolio beizumischen, wie wir im ersten Teil des Videos gesehen haben. Ein weiteres Argument, das gerne gegen Gold als Wertanlage benutzt wird, ist, dass Gold keine laufenden Erträge wie zum Beispiel Miete oder Dividenden abwirft. Unsere Meinung bleibt jedoch unverändert. Um von diesen laufenden Erträgen profitieren zu können, hat man Aktien und gegebenenfalls Immobilien in seinem Portfolio. Gold dient einem anderen Zweck. Zu guter Letzt möchten wir noch das Thema Nachhaltigkeit ansprechen. Gold gilt nämlich nicht als ein nachhaltiges Investment, da bei dem Erwerb von Gold Arbeiter ausgebeutet werden und Landschaften zerstört werden. Auch wenn du dir noch nicht allzu viele Gedanken über das nachhaltige Investieren gemacht hast, ist dies trotzdem ein wichtiger Punkt für Gold-Investoren. Aufgrund des Nachhaltigkeitstrends staffeln die großen Player ihr Vermögen um. Sie ziehen Geld von unethischen oder klimaschädlichen Investments ab und stecken es in grünere Produkte. Da Gold nicht als grün eingestuft wird, geht also die Nachfrage zurück. Weniger Nachfrage kann dazu führen, dass auch der Goldpreis runtergeht. Gerade in 2021, in dem gefühlt alle Anlageklassen neue All-Time-Highs erreicht haben, ist Gold nur hinterhergehängt. Dies könnte einer der Gründe dafür sein. Wir würden uns sehr darüber freuen, diese Diskussion in den Kommentaren weiterzuführen. Vorher wollen wir jedoch kurz die verschiedenen Wege ansprechen, wie man Gold kaufen kann. Zum einen gibt es Goldmünzen. Diese eignen sich sehr gut als Geschenk oder als ein alternatives Tauschmittel im Falle einer Krise. Hier sollte man sich eher an bekannte Marken halten, wie zum Beispiel Krügerrand, Maple Leaf oder Wiener Philharmonica. Am besten diese bei seiner Bank des Vertrauens oder bei einem zertifizierten Goldhändler kaufen. Während es sicherlich schön ist, Goldmünzen zu besitzen, sind Zeitaufwand sowie Kosten damit verbunden, Goldmünzen wieder in Geld umzuwandeln. Ein liquideres Finanzprodukt wäre ein Gold-ETC, also ein Gold-Zertifikat. Diese müssen in Deutschland mit 100% Gold hinterlegt sein und werden an der Börse gehandelt. Wenn du Zugriff auf dein Gold bekommen möchtest, kannst du es dir sogar ausliefern lassen. Wenn du aber Cash brauchst, kannst du deinen Gold-ETC in Echtzeit an der Börse wieder verkaufen. Ein bekannter deutscher Gold-ETC wäre der X-ETRA Gold. Dieser ist verlinkt in der Beschreibung. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und freuen uns über einen Daumen hoch. Bis bald. Ciao.